so meine lieben freunde damit begrüße ich euch zu der ersten folge ttt und bitte was ich bin natürlich nicht alleine denn mit mir dabei ist die trissi lp so und wir spielen hier auf irgendeinem server keine ahnung und wir sagen uns gegenseitig nie was wissen das haben wir schon gesagt und wenn wir sterben dürfen wir auch nichts mehr sagen genau so das ist ein wenig anders wie beim normalen ttt wie ihr seht das ist rechts die anzeige und links ist so eine map oder war jemand ist die runde geht an mich ich habe mich voll erschrocken ich habe ich groß dass du das siehst doch denn das ist doch den namen auf jeden fall das jetzt zwei mal in der woche höchstwahrscheinlich wenn wir es packen aber ich denke schon genau und mal gucken wie ich schneide es kann natürlich sein dass sie werden einfach mal aufnehmen und es beginnt schon die nächste runde im haus und wir sind hier zu zu fünft ja und es wird sich natürlich immer noch ändern vielleicht spielen wir auch mal mit anderen leuten und so und ja wenn irgendjemand für euch bock hat eine runde zu spielen bleibt und so und genau oder tss oder irgendwie was ja genau so wir dürfen ja nicht sagen was wir sind und ich habe wieder dieser behinderte waffe hier die alter der kommt hier okay hier prügelt irgendjemand irgendwas nicht hier gar nicht auf mich du bist du bist nicht traiter ich vertraut ja ich bin kein traurig bin ich nicht okay ich bin harter innocent weil ich werde jetzt ich trau dir nicht ich trau dir sowas von gar nicht ich habe okay okay weil ich werde es jetzt gleich snipen ne 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 alter ich schwöre bei gott ja ja ich glaube die ich glaub dir ich glaub dir so wir sind sechs leute eigentlich perfekt finde ich die ersten drei spiele habe ich nicht mal gecheckt wo es steht ob ich immer oder traiter bin ja normal stets ja ich glaube ich bin mir nicht sicher ich bin den namen weil wir machen es genauso wenn wir nicht geschossen ja okay jawoll sniper hier war das der jawoll traiter 2 zu 0 für mich links bemerke ich jetzt nicht sieht man da überhaupt andere spiele nicht so als nächste runde in 1 jawoll der musste noch sein okay bei mir ist irgendjemand hat schon angefangen ja hat schon war jetzt habe ich war das war echt so richtig asozial von jetzt habe ich keine waffen mehr von mir war das asozial das war sogar sehr asozial so hinter mir ist niemand doch da ist jemand ich kann jemanden schießen ja nice da verfolgt und so da verfolgt mich auch gleich immer einer richtig scheiße irgendwie immer schimpel 8 service change okay wird wahrscheinlich eine andere map aufgesetzt okay ich habe sogar zu gedacht so was geht ab da erschrecke ich mich immer voll ja ich mich auch mann also jetzt immer mal gespannt wenn ich eben jetzt kommt wahrscheinlich ich hoffe mal minecraft ist ja die finde ich geil weil ich bin schon drauf ich nicht es ist diese komische sand map ich weiß nicht wie die heißt mein garrysmond reagiert doch nicht aber doch jetzt wenn die kleine okay jetzt bin ich drauf okay die die runde schon begonnen oder nicht halt hier eine smoke grenade okay ich habe eine shotgun das ist natürlich sehr gut ja ich habe dich auch mit einer shotgun weggeballert aber weich was pech ist was ich habe auch eine ich bin zu einem million prozent in nur einfach mal ab und wer einmal schießt ich töte ihn lol okay muss man jetzt nicht ich war kein twitter war kein twitter hat sich der nexus umgebracht ja mich hat nexus umgebracht ja ich sehe dich auf dem boden keine ahnung was soll mir machen ich habe schon so geile ideen für den sand mail alter echt ja die wir sammels zu erstellen und zu rendern will ich für mich auch weil ich möchte mich auch eins machen wenn ich gern machen okay weil ehrlich gesagt bin ich zu scheiße dazu wenn ich auch die ganze zeit ich habe sein video geschnitten warum warum weil jolo ja nicht zu hause war und ich mir gedacht habe einmal bin ich nett einmal okay ich bin immer bist du was ich bin nur ganz sicher in troja bist du intro ich bin intro ja ich bin komplettes intro bei mir sind bei die machen wir irgendwie angst ich habe mal ab ich habe falsch geschossen ich habe aus versehen rüber geschossen nicht schießen schieß bitte nicht bitte bitte gnade mir du brauchst später aber dann ist ja nicht zu schießen weil da zwei drin standen aber dann sagen dass du dass du ino bist ich sage immer dass ich nur bin ganz fies ganz 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 fies ganz fies ich habe die ich habe diese runde keinen einzigen gesehen wirklich gar keinen so wo bin ich denn jetzt gespawnt oh was denn das Alter ich sehe schon beim schneiden werde ich halb einschlafen was würde ich halb einschlafen 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 ja weil es immer so ewig lange dauert wer ist da bei mir nexus ok wenn ich wenn ich ruhig bin war es nexus ok ich habe einen sniper ich auch nicht so geil obwohl ich quickscope kann so ein bisschen ein wenig ok ok nexus ich nexus ich ok ich kimmel mir ich kimmel mir weil es auch richtig geiles deutsch ne ok ne ok ich bin tot Alter weil ich so schlecht bin lebst du noch nein nein ich auch nicht nexus ich sage auf jeden fall ja nexus 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 dieser kleine sorg nicht warum geht der mich klar space shuttle was warum geht die mich dann er weiß dass er vielleicht irgendwas gegen dich das ist man der jetzt reich reinkommt ich weiß dass ein bett lehrer kommt das wäre aber nicht gut ich sehe hier ich habe gerade nichts gesehen weil es so hell ist so hier ist noch was hier ist wieder die scheißen hier hier also wie viel sind wir denn okay wir sind immer noch 66 oder 7 so ich habe nur ammo ach so es ist einer also alter was dann du bist nicht du bist dort anscheinend ich möchte nicht wollen ich bin jetzt bei dir ist ja da vorne ist es ich will leben noch tja was ja das ist das rätsel an der tab liste ich habe keine ammo du hast keine muni ich weiß nicht warum nein 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 bleib mich am arsch okay du warst inno ist er inno äh sieht man wie sieht man das ne der andere nexus ist wie der traiter dieser kleiner wie sieht man das ich sehe den namen in rot dann ja das ist das ist die leben ans lebensanzeige ach so ja dann habe ich jetzt fail ich glaube nexus wasser letztes mal nicht guck mal space shuttle und irgendwie gibt es hier kein detective habe ich das gefühl ja jetzt bin ich gespannt wer traiterisch ja ich auch jetzt bin ich echt gespannt okay der war es nicht okay jetzt geht okay wer war es die waren beide traiter echt ja ne space shuttle hat den aber gerade getötet okay dann war es nicht warum der schon wieder alter im zweiten mal ja alter so ein homo aber hier gibt es auch gar keine gescheite waffen habe ich das gefühl ne hier gibt es nur die hack dann dieser shotgun und ein sniper und die ganz normale halt ja die ganz normalen waffen aber sie und die m16 gibt es auch noch aber die ich nicht gut natürlich und das probleme so das ist bestimmt wieder das ist das ist das ist das ist das ist wer eben zu komischer alter du kleiner homo alter scheiße das ist Vielen Dank.